Wir erklären, warum die neuen International Commercial Terms, die IncoTerms 2020, auch für Sie so wichtig sind. Die Internationale Handelskammer gibt die IncoTerms heraus, um die Pflichten von Käufern und Verkäufern im internationalen Warenhandel zu regeln. Die IncoTerms-Klauseln kommen in 90% aller internationalen Kaufverträge zum Einsatz und gelten damit als weltweiter Standard. Güter werden auf die unterschiedlichsten Arten befördert. Handelspartner regeln mit den IncoTerms-Klauseln die Kosten und Verantwortlichkeiten für jeglichen Transportweg, die Übergabe einer Ware und die Haftung für Beschädigung oder Verlust der Ware. So lassen sich Missverständnisse und Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Das macht das Leben einfacher. Die Regeln der IncoTerms unterstützen den weltweiten Handel in mehr als 120 Ländern. Dafür sind sie in über 30 Sprachen übersetzt. An jedem einzelnen Tag werden die Regeln mehr als 200.000 Mal zu Rate gezogen. Bei den Seminaren der ICC wurden bisher Zehntausende Beschäftigte über Inhalte und Anwendungen geschult. Die ICC bildet ein internationales Komitee mit mehr als 500 Experten, um eine neue Fassung zu erarbeiten. Seit 1936 werden die IncoTerms-Klauseln regelmäßig überarbeitet und an die sich kontinuierlich ändernde Handelswelt angepasst. So unterstützen die IncoTerms weiterhin Logistiker, Anwälte, Versicherer, Händler, Start-ups und, und, und. Weltweit anerkannt und immer aktuell. Super! Die neue, achte Revision der IncoTerms bietet in Zeiten von internationalen Handelskonflikten Verlässlichkeit und Sicherheit. Mit klaren und transparenten Regeln sowie ausführlichen Anwendungshinweisen erhält Ihr Unternehmen die aktuelle Fassung des Regelwerks für den internationalen Handel. Die IncoTerms 2020 – erhältlich ab Herbst 2019. Die IncoTerms 2020 – erhältlich ab Herbst 2019.